Die Gaststätte Schülermacher Pferdeparadies knittet zu Tisch. Hier kann man lecker speisen, hier wird die ukermärkische Küche gepflegt. Platz genießt es für all ihre Feste oder ein Essen gemütlich zu zweit. Bestellen Sie Buffets nach Wals, natürlich für Lieferstörer und für jeden Anlass. Na dann, guten Appetit! Geöffnet ist, als bis Sonntag nach der Uhr, in der Woche nach Absprache. Telefon Pinno 7670. Am Wochenende Pinno 76716. Botulinumtoxin, vielen besser bekannt unter der Kurzbezeichnung Botox. Oft angewandt, um kleine oder auch größere Fältchen im Gesicht zu kaschieren. Aber das Medikament kann noch mehr, zum Beispiel die Schweißproduktion einländern. Richtiger Ansprechpartner in unserer Region ist dafür...